aber uns mal gut in die baumkrone gesprungen hast du wieder zu schnell unterwegs die boden wille war schuld hat mir so schräg abgeworfen hat er ist jetzt gerade ein café machen oder holen also warte dann komme ich zum absichern habe ich auch gerade voll vergessen wird brain auf tag gewesen ja außer bisher hier unser unser bezahltes auto genau und dann aber wir mal ich habe da nichts ach im ort ist ja okay dazu oder soll ich mache ich jetzt schnell kannst du da wollen ja nicht fahrer war es jetzt war ich fahre es hat ein heck die es ist immer noch ganz Ja, herrlich, also Spanky. Ich weiß, was ich an dir habe. Ja, ich habe immer einen Ersatzreifen dabei, weißt du? Ja, schön. Zwei waren er in dem Fall. Das ist genau wie die Geschichte, wo ich gegen den Gummi gegen den Baum gefahren bin. Ja, genau. Aber war der Reifen da? Spanky macht's. Wie geil war das denn, ey? Einfach nur als Fahrer einsteigen. Was hast du denn so heilig? Aber du hattest versucht vorher zu reparieren, ging nicht, und dann bist du eingestiegen und dann war gut, oder wie? Ja, genau. Müssen wir uns merken. Vielleicht ist das... Ja, genau. Das spart Geld. Das spart Geld ist. warte ich muss ich muss noch eins machen hatte was sprengen oder hatte warte kannst du ja okay mach mal ja alles gut kannst du noch nutzen das war die auch gerade gesehen braucht jemand ein entfernungsmesser was noch irgendwie was zu trinken essen trinken habe ich gedacht das ist aber aus mal kurz hier hier ist auch noch eine waffe passt bei mir nicht mehr in den rucksack rein die beste raus scheiß egal und hier ist auch noch eine wiese und passt bei mir mit hoch ja nachzucht ach so das hatte ich ja eh schon drauf ist auch gut wird sich beider die sprengen was gezündet mach es nicht wir sind nach so nah ja kaila passt nicht drauf ok kommt aus wir gucken uns das an von hier hier ist auch die freie linie ab ab vor Ort eingefallen schnell wenn man also wenn man da drin gewesen oder den pass gezündet hätte es ja jetzt kommt man noch viel leichter ja genau schön rein und raus viel besser so die sommer versionen des supermarkts der supermarkt 20 cabrio tage gucken ob ich da irgendwo sehe die sind bergab schwech nöckel rechts ich sehe sie ach so da ist sie auch Bei Feuern, wenn die Möglichkeit ist, was? Ja, das ist eh nicht ganz so Fehler, ne? Einen weg! Die Seiten sehe ich leider nicht. Man ist runtergerannt, ja. Zuletzt da gesehen. Jo, alles klar. Ist runter, den Hügel hinten. Und ist nach links gerannt. Ich lau weiter rechts, rechts hoch. Ich bin noch 190 Meter weg, ich muss weiter hoch. Ich stehe gleich im Rücken. Ich gehe mal frontal. Ihr seid ja von der Seite. Ich glaube, ganz so schwer sind die ja gar nicht. Und ich sage mal, kannst Pech haben natürlich, aber... Ganz so schwer sind die ja nicht. Nein. Gar nicht im Wald. Wo steckst du? Ich weiß es nicht. Ich werde schön schießen. Wer bin ich? Das ist schon der letzte Tage gewesen im Fall. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Hat ihn. Jo, ist da. Wo war er jetzt? Wollt jemand das Auto? Was denn? Achso, Auto? Ja. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich höre den Auto. Achso, oder? Achso, oder? Ich höre ihn. Ich höre ihn. Wo war er jetzt im Wald oder wo war er? Ich gehe vorne. Ja, auf Waldrand. Bei mir. Bei mir. Da wo mein Marker ist. Ist der wieder hochgelaufen? Ja. Ohne MXM. Okay. Ja, guck mal, wie das rechts aussieht, ne? Ob da irgendwann ein Durchgang ist. Oh, noch ein Loch. Bald regnet es hinten rein, du. Ja. Relativ frei hier oben, ne? Aber da sind ja die Bäume davor. Ja, von hier aus, von der Ecke könnte vielleicht auch klappen. Oder? Von hier? Direkt? Da ist die Bäume, oder? Nach dazwischen. Ne, ne, da hast du frei. Hier hast du freie Sicht auf die alle. Ja. Gucken wir. Was war's bei mir? So. Hier, steh zu lang. Ne, warte, steck aus. Raus. Keine Sache. Oh. Das ist ja noch ein zweiter Explosion gewesen, oder? Oder wie vorhin habe ich das? Ne, der Qualm. Der Qualm kam hoch, wo wir näher ran kamen. Der Qualm hatte ich schon gesehen, aber da war vorher nur ein Stück so eine dichte Tannenwalte. Da steht da liegt der Ifrit. Ja, die Ifrit hat vorne die Reifen nur kaputt. Da stehen aber einige Fahrzeuge, ne? Ja, sehe ich auch, Leute. Das war zwei Stück kaputt. Der Ifrit ist doch nicht hochgegangen. Das ist doch hier so ein Pick-up. Ne, der Ifrit hat hinten vorne keine Reifen mehr. Der Stand-MG schwenkt auch gar nicht hier rüber, so was zum Suchen. Ne, das ist grad die Frage. Kann man von hier aus schießen? Stand-MG, dann sehe ich noch ein, zwei, drei, vier, fünf. Plus die drei sind acht. Drei. Hier. Baum. Fünf da hinten. Sechs mit dem Stand-MG. Genau, die habe ich auch grad gesehen. Ja. Ist auch noch mal drei. Hinten beim Ifrit sind auch noch mal drei. Dann lass erst das Stand-MG wegmachen, ne? Ich denke, das ist das gefährlichste hier. Ja, glaube ich auch. Ich habe das vordere Stand-MG hier im Visier. Okay. Oh, warte mal, jetzt habe ich ihn verloren. Ich muss ein Stück nach vorne rum. Okay, ich habe auch das vordere Stand-MG. Haben wir alle? Drei? Warte, 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 warte. Welchen nehme ich mir denn? Ach, da vorne. Ja, von mir aus kommen. Okay, drei. Zwei. Jo, ist klar. Dann nehmen wir weg. So, und jetzt einfach bunten. Boah, schieß die Waffe kacke. Wo ist denn einer? Wo ist denn einer? Weiß ja nicht. Da müssen das Glas gerade wieder hoch. Okay, die sind jetzt alle da hinten. Zurück auf die rechte Seite, genau. Ja, ein Schuss weg. Die Waffe werde ich nachher wechseln, die ist ja so ungenau. Ach so, da. Ich habe ihn. Hallo. Das ist ein Kanickel. Links sind die auch weg, die drei, ja. Ah, das ist eigentlich recht. Klar, war doch nicht so gut. Äh, ich, ich marschiere mal langsam runter. Oh, die Autor eben. Hey, hast du ein Ifrit ganz? Ich weiß nicht, ob da jemand drin ist. Wir werden ja sehen. Ja, kann sein. Komm, wir machen das Ablenkungsmaneuver mit dem Auto. Die haben den Aufsatz noch oben, ne? Auf den Ifrit. Ja, richtig. Warte, warte lieber, bin ich näher ran, dann sehen wir, ob es fertig ist. Oh, den Entfernungsmesser raus, ich muss mal gucken hier. Es sieht aus, als wenn da keiner mehr drin sitzt. Ja? Siehst du, irgendwelche Minen oder sowas zufällig, ne? Nein, ich sehe nichts. Bei meinem Glück kann ich jetzt irgendwie voll drüber. Ja, es sieht nicht so aus, als wenn da jemand drin wäre. Also, ich bin jetzt hier vorne an der Kiste und, äh, ich glaube, ah, okay. Okay. Okay, das ist unter Kontrolle. Auf zum Auto. Wie geht das Auto denn da? Ey, die Autos sind sogar voll mit Sachen. Ja, cool. Minen, Genies, alles drin. Das gibt Kohle. Wenn jetzt nicht der eine Spieler komplett uns weg macht. Ja, genau. Zwei. Zwei? Ah, stimmt. Der eine hat Waffen, äh, Scopes, alles drin. Sehr schön. Und der andere hat mehr Ghillies, Baumaterial und so. Hast du auch was reparieren, ehmens? Ja, genau. Ich lasse mich mal zum Ifrit. Dann lassen sie mal gucken. Wollen wir mal gucken? Ach, hier vorne ist nur so eine Mauer. Das ist ja gefällt mir ja. Ist das ein Sand? Ne, das ist eine Mauer. Das gefällt mir hier mit der Mauer. Ja, aber... Ich stehe den ganzen Boden nämlich. Ach, da hinten ist die Mauer. Aha. Ja, bei Busch. Bei Busch? Bei Busch. Bei Busch ist Mauer, weißt du? Oh, den Mauer, meinst du, eh? Bei Busch. Bei Busch. Hier, dies Mauer ist gut. Ist doch... Ist doch hier, Achter, du hast Beinsicht. Oh. Oha, hier ist Stand MG. 655 Meter, aber mit dem Rücken zu uns. Aber sonst sehe ich auch keinen. Kaum, ne? Ja. Wer weiß, vielleicht war es das. Hier war es einfach fast 700, oder was, ne? 655 Meter. 655. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es das war. Naja, auf jeden Fall ist er dann schon mal weg. Sollen wir, oder? Jo. Nein. Ah, bis eins bist du gekommen. Ja, 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 ja. Aber irgendwo einer? Ah. Den ist jetzt hinter dem Baum. Panzerfaust. Jo ist down. Mhm. Weiter links, ich glaube hinter dem Baum, oder so. Ja, hinter dem Baum. Oh. Da hat er. Jo ist down. Ja. Äh, er liegt überall Minen rum, ja? Sehe ich auch gerade. Sehe ich auch, aber ich sehe keine Gegner mehr. Ne, ich auch nicht. War es da schon wieder? Kann es nicht sein. Das waren ja nur drei Stück, oder nicht? Ja. Wir zirkeln mal ein bisschen weiter runter. Wir kloppen die dann auf. Das sieht nicht so aus. Ich hole da ein Auto schon mal. Hallo. Oh, jetzt habe ich den Marker gekickt. Oh, der ist ja nicht weit weg, ne? Oh, mit dir gibst du Deckung? Ja, ich bin ja auch da. Und bin ich nach vorne? So. Ich bin jetzt gleich schon an der Straße. Ja, bist du okay. Ich bin ein bisschen weiter rechts von dir. Kann doch nicht alles gelesen sein. Klar, wer weiß. Da sind ja nicht so viele Spieler drauf, und wenn dann nur einzelne, und dann haben die natürlich angepasst, so. Kann ich auch sein. Ich halte da einmal mal durch. Mal gucken, ob das was passiert. Pass auf, da sind Minen, ne? Achso, stimmt ja. Stimmt ja. Stimmt ja. Nix war eben einfach durchheizen. Stimmt ja. Halt dich mit dem Wagen ein bisschen zurück, bitte. Okay. So, ich bin gleich im... Aber die Minen müssten doch jetzt eigentlich verschwinden, ne? Sobald die Mission fertig ist. Ich lauf gleich rein. Ich trage nicht auf eine Mine, ne? Ich trage es. Ich sehe die Minen gerade nicht mehr. Ist ja auch keine, ne? Ich sehe sie. Also... Ah, ich dachte, da wäre ich okay. Aber wenn ich gleich in die Luft fliege, dann... Ah, es ist eine Tretmine. Ich habe die Minen aus den Augen verloren. Jetzt renne ich einfach mal drauf zu. Ich habe die Kiste. Mach dir den Wechsel. Bei der Kiste. Ach. Echt nur die... Keiner Armer. Oh. 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 Gut vorbei. Ist so ein bisschen... Bisschen was dabei, ne? Also... Will einer schon mal anfangen, die Leichen zu booten? Dann... Mach ich gerade. Ja. Dann mache ich die Kiste. Ja. So viele sind es ja nicht, ne? Bö. Zwei Leichen. Zwei Leichen. Cyrus ist ja... Komm schon.